Der TUM Talk in Heilbronn ist eine wunderbare Austauschplattform von Wissenschaft, Wirtschaft, Persönlichkeiten aus der Gesellschaft und der Politik, weil wir gemeinsam versuchen wollen, die großen Herausforderungen zu lösen. Dazu braucht es den Austausch. Das bietet dieser TUM Talk hier in Heilbronn. Wenn Wissenschaft und Wirtschaft zusammenarbeiten wollen, dann müssen sie sich kennen und TUM Talk bietet eine Möglichkeit, sich aneinander kennen zu lernen, dieses Vertrauen zu entwickeln und damit künftige Zusammenarbeit besser zu gestalten.